Die beiden Männer, die am Dienstag in Winterthur in der Schweiz verhaftet worden sind, stehen nicht nur in Verbindung mit dem Attentäter Kuitim F., sie sollen ihn sogar noch im Juli in Wien besucht haben. Das berichtet die Neuzürcher Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise sowie eigene Recherchen. Auch zwei Islamisten aus Deutschland sollen dabei gewesen sein. Die Zusammenkunft ist von den österreichischen Sicherheitsbehörden allerdings observiert worden, nachdem sie einen Tipp aus Deutschland erhalten haben. Daneben besteht laut der NZZ am Sonntag die Vermutung, dass der Attentäter zwischen dem 21. Juli 2020 und dem Anschlag vom vergangenen Montag auch in den Kanton Zürich gereist ist. Die beiden verhafteten Winterthurer sitzen nun in U-Haft.